es funktioniert halt wirklich es funktioniert halt einfach wirklich Genial würde ich sagen ich meine oh das Spiel ist gecrushed scheiß alter Mom vielleicht funktioniert es doch nicht so gut ich dachte das Spiel crasht wenn ich es bei OBS einstelle ja gut das ist jetzt natürlich hart ungünstig wir versuchen es nochmal ja aber scheint zu gehen muss ich mir jetzt einfach das intro angucken oder was alter diese grafik diese 1996 ey da war ich noch nicht mal geboren holy shit man damals was was man war 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 schon was ich bin ich bin hier vielleicht mit m ich bin Ok, ich probier's noch mal, indem ich einfach das Intro skippt hab Aber das scheint auch nicht zu funktionieren, ne? Tja, mach ich denn das jetzt am besten? Stream stoppen und dann nochmal versuchen?